Und vor allen Dingen hat er uns heute sensationale Pfannen mitgebracht. Durox nennt sich das Ganze. Ein Pfannenset. Drei Pfannen bekommen sie, ja, für 46,28. Und das ist jetzt was für die ganz Harten, Daniel. Genau, und zwar habe ich heute hier ein dreiteiliges Original-Durox-Fannenset mit dabei. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass es eine extrem harte Oberfläche hat. Und das möchte ich mal zeigen, weil diese Oberfläche ist der Hammer. Und einmal jetzt kurz zu Hause alle die Ohren zuhalten, weil das klingt jetzt wirklich richtig laut. Ich halte mir auch die Ohren zu, auch wenn ich nicht zu Hause bin. Ich hoffe, dass die Kamera das sehen kann, ist das scharf gestellt. Ich haue jetzt hier einfach mal richtig gegen. Nochmal. Da passiert wirklich gar nichts. Und für alle, die dachten, wow, das ist der Hammer. Meine Damen und Herren, der Preis ist der Hammer. Ein dreiteiliges Pfannenset, zu dem Sie normalerweise nicht mal eine hochwertige Pfanne bekommen, in der Qualität. Das ist der Hammer. Und ich möchte es hier auch nochmal zeigen. Nochmal. Gibt es doch gar nicht, ne? Ja, warum passiert denn dann nichts, wollen wir wissen. Vorher zeige ich Ihnen das Pfannenset, das für 46, 28 zu Ihnen nach Hause kommt. Drei Jahre Garantie ist Ihnen gegeben. Sie sehen die 20 cm Pfanne. Sie sehen die 24 cm Pfanne. Und wir haben eine 28 cm Pfanne. Das ist fast nur einmal Angebotsniveau. Was wir jetzt hier zeigen von der preislichen Reduzierung her. Warum können Sie da mit dem Hammer reinhauen? Was ist der Grund, warum die Pfanne, nachdem wir da mehrmals mit dem Hammer reingehauen haben, ob klein oder groß, spielt keine Rolle, immer noch aussieht wie neu? Und zwar liegt das an der extrem hartnäckigen Beschichtung, die aus Granit besteht. Und die wurde dreimal aufgetragen. Und jeder, der eine hochwertige Küche zu Hause hat, der kennt das. Gute Arbeitsplatten sind aus Granit. Warum? Weil ich darauf schneiden kann. Vorsicht, das ist auch heiß, ne? Schon ein bisschen vorgeheizt. Weil ich darauf schneiden kann, weil ich daran kratzen kann. Ich brauche im Prinzip kein Schneidbrett. Ich kann das alles auf meiner Arbeitsfläche machen. Und dieses ultra harte, aber natürliche Material, das haben wir jetzt geschafft, hier in die Pfannen einzubauen. Und man sieht das jetzt hier ganz toll. Das hat nicht nur diese absolute Robustheit, sondern auch noch den Vorteil, dass ich ohne Fett arbeiten kann. Was wir hier sehen, sind Pancakes. Pancakes haften ja extrem stark an. Man sieht das jetzt hier von oben sehr schön. Hier ist keinerlei Fett drin. Und dieser Pancake ist jetzt wenige Sekunden hier drin gewesen. Ich wende den jetzt einmal. Und das ist ein Ergebnis, das kriegen Sie in keinem amerikanischen Diner in einer besseren Qualität. Und das Tolle ist, das funktioniert jetzt nicht nur einmal im Fernsehen, sondern ich habe jetzt hier zu Hause einfach schon mal angefangen, ein paar Sachen für uns vorzubereiten. Und den packen wir jetzt noch gleich oben mit drauf. Und da haben Sie wirklich ruckzuck 10, 20 Pancakes zubereitet. Da fehlt dann eigentlich nur noch Ahornsirup. Sie sagen es. Das war das Stichwort. Das war das Stichwort. Pancakes ohne Ahornsirup geht doch gar nicht. Also wir haben drei Pfannen für Sie für 46. Oh, das sieht ja aus wie im Fernsehen, Daniel. So soll es sein und so soll es auch schmecken vor allem. Wow. So, Sie müssen sich hier nicht entscheiden. Sie haben alle Pfannen im Set. Sie bekommen direkt alle Pfannen, die man so braucht. Die eine, wir haben die früher immer Spiegelpfanne genannt, die kleine Pfanne. Dann hier die Pfanne wirklich für die großen, leckeren Gerichte. Hier haben wir eine Bratkartoffeln auch nochmal drin gebraten. Sie können, müssen natürlich nicht ohne Fett das Ganze anwenden. Und Sie haben gerade den Härtetest gesehen, mit einem Hammer reingehauen. Machen Sie das bitte nicht zu Hause mit Ihrer Pfannen, die Sie zu Hause haben sollten. Sondern das geht wirklich, also hier bei QVC jetzt erstmal nur mit denen, die wir hier heute zeigen, von Durox. Das ist ja eine Qualitätsmarke, die wir hier haben. Absolut. Also wirklich durch diese spezielle Oberfläche, die auch geriffelt ist, weshalb ich eben kein Fett brauche, weshalb sie diese Schläge abhaben kann. Dadurch, und wirklich nur dadurch, kann man das machen. Auf keinen Fall mit irgendeiner x-beliebigen Pfanne nachmachen. Wer jetzt sagt, Mensch, das war jetzt schon der ultimative Härtetest. Nein. Fleisch, weiß jeder, braucht man hohe Temperaturen, um eben die Poren schnell zu schließen, damit sozusagen der Fleischsaft nicht austritt. Und das können wir hier sehr, sehr schön machen. Das geht schnell. Und auch hier wieder keinerlei Fett drauf. Wir brauchen noch ein paar Sekunden. Wir sehen hier schon anfänglich sozusagen die ersten Bräunungsergebnisse. Und ich möchte die Zwischenzeit nochmal nutzen, um die ganzen Sachen, den nächsten Härtetest zu unterziehen. Darf ich einmal kurz bitten, die nochmal so zu halten? Ja, das mussten wir jetzt üben, weil ich wollte mir die Pfannen vors Gesicht halten. Dann hat Daniel gesagt, bitte nicht vors Gesicht halten. Das mache ich jetzt natürlich. Genau. Und zwar ultrahohe Temperaturen, eben auch der Inenteil der Beschichtung. Wir sehen jetzt hier wirklich eine extrem heiße Flamme von einem Bunsenbrenner. Jede normale Beschichtung würde jetzt hier einfach anfangen, sich abzulösen, Blasen zu schlagen. Ich könnte die abziehen wie ein Kaugummi. Nicht bei einer Original-Durox-Pfanne. Da passiert Ihnen sowas nicht. Sie kriegen die einfach nicht kaputt. Und das liegt am Granit. Das liegt am Granit. Das ist einfach Stein, natürliches Material, fettarmes, natürliches Zubereiten von Speisen. Ist schon irre. Haben Sie das gerade gesehen? Die Pfannen sind übrigens leicht. Also man kann die schön so in einer Hand halten. Das finde ich auch ganz toll für alle, die sagen so, ich brauche eine leichte Pfanne. Die ist natürlich jetzt auch schön schon drin, gebraten und gebacken. Also die kann man richtig gut in der Hand halten. Kann man die auch in den Backofen reinmachen? Ja. Also wir können da drin gratinieren. Das ist ein ganz tolles Stichwort. Weil gerade durch den extrem hohen Rand, was eigentlich ungewöhnlich ist, haben wir hier die Möglichkeit eben auch mehrere Schichten aufzubauen und das schön mit Käse zu gratinieren. Und Gewicht war auch nochmal ein wichtiges Thema. Denn viele mögen ja jetzt sagen, oh Granit, das ist mir zu schwer. Weil sie diesen harten Stein kennen. Nein, die Pfanne ist so leicht. Egal, ob ich kräftig bin oder ob ich schlank bin. Egal, ob die Pfanne voll ist oder ob sie leer ist. Ich kann damit einfach arbeiten, als hätte ich quasi ein Leichtgewicht in der Hand. 46,28 ist der Preis für drei Pfannen. Original Durox Pfannen. Da haben Sie gerade gesehen, Daniel hat da mit dem Hammer reingehauen. Wir haben den Bunsenbrenner reingehalten. Sie können die ohne Fett verwenden, ja? Nicht backen an. Gerade jetzt hier bei den Bratkartoffeln. Ich finde, das ist auch immer so eine Referenz, wie die Bratkartoffeln sich in der Pfanne machen. Auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich immer krosses, braunes Braten. Und ich hatte das kurz schon angesprochen, Granit ist als Oberfläche nicht ganz gleichmäßig. Das bedeutet, ich habe eigentlich relativ wenig Auflagefläche, dadurch kein Anhaften. Und wenn ich doch ein bisschen Öl verwende, weil gute Bratkartoffeln brauchen einfach für den Geschmack, so ein ganz bisschen Öl, dann habe ich einfach hier dieses tolle Bräunungsergebnis. Und ich nehme jetzt hier mal bewusst ein Messer. Normalerweise schlagen ja jetzt alle Leute zu Hause die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie kann der als Koch ein Messer in der Pfanne benutzen? Das kann ich, weil es eben die Original Durox Qualität ist. Auch wenn ich jetzt hier mit meinem, Sie sehen das, Japanstahlmesser, drin rumschneide, das macht der Pfanne überhaupt nichts. Und ich sage jetzt, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich möchte das gar nicht so oft vorführen, weil ich habe Angst um mein Messer. Das ist einfach der einzige Grund. Ansonsten hier tolle Qualität, da passiert einfach nichts. Die Pfannen sind einfach ultra stabil. Das heißt, Sie können immer mit dem Messer rein. 882 651 ist die Artikelnummer. Und dann nach Lust und Laune alles darin zubereiten. Denn Sie haben ja alle Größenvarianten mit dabei, die man braucht. 20, 24, 28 Zentimeter, hart wie Granit. Das Ganze, das haben wir gerade auch gesehen, mit dem Messer rein, mit dem Hammer rein. Der Pfanne passiert absolut gar nichts. Nur Daniel hat Angst um sein Messer. Das ist schade drum. Vielleicht auch noch mal ganz wichtig zu sagen, wir haben ja hier ein Induktionsherd. Die Pfanne funktioniert aber letztendlich für alle Herdarten. Gas, Ceran, Induktion, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann hier letztendlich vom Pancake, haben wir es gesehen, über das leichte Gemüse, Sommergemüse, bis hin zum Bratkartoffeln, bis hin zum Steak, alles anbraten. Vom sanften Garen bis hin zum scharfen Anbraten ist hier alles möglich. Auch dank des hochwertigen Edelstahl-Kapselbodens. Wenn ich darauf noch mal kurz eingehen kann, das ist nämlich ein Boden, der verteilt die Wärme schnell und gleichmäßig. Auch wenn ich eine große Pfanne auf ein kleines Kochfeld stelle, dann habe ich hier wirklich ruckzuck die Wärmeverteilung und kann die optimal ausnutzen. Und die Wärme wird dann auch gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier für meine Freunde gekocht habe und stelle so eine Pfanne letztendlich dann auf den Tisch und sage, komm Leute, bedient euch, dann hält die das auch warm. Dann kann man sich auch ein zweites Mal auftun und hat nicht was Kaltes in der Hand. Toll. Drei Pfannen, 20, 24 und 28 Zentimeter. Granit ist hier das Zauberwort, was wir haben. Und ja, wir haben gesehen, wir können ohne Fett fraten. An die Fraktakoffeln haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen Fett drangetan. Wegen des Geschmacks, ganz klar. Schön wegen des Geschmacks, was man da sagt. Oh, das Salz duftet aber auch sehr gut. So, ich mache hier noch mal ein bisschen Salz. Ich kann auch noch mal was zeigen. Ich muss noch einmal ganz kurz hier rüberbringen. So, unter 16 Euro pro Pfanne, theoretisch, Sie bestellen sie ja bei uns im Set hier, aber theoretisch können Sie hier unter 19 Euro, unter 16 Euro pro Pfanne zahlen. Und wenn Sie zum allerersten Mal bei QVC bestellen, dann können Sie sogar noch mehr sparen, denn Sie sehen das, wenn Sie Neukunde werden möchten, dann können Sie 5 Euro sparen, Code NEU 2018. So sieht's aus. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen Käse anbrennen lassen, aber ich glaube, wir haben keine Flucht mehr. Doch, können wir noch. Ja, schaffen wir das noch. Ich wollte vor allem eigentlich zeigen, es haftet nichts an und ich kann ihn rausgleiten lassen, ich kann ihn über eine Form gleiten lassen, ich kann daraus Cracker machen und ich könnte die dann beispielsweise auch wieder mit meinem Pfannen Gemüse einfach befüllen. Das heißt, ich kann hier einerseits sehr, sehr gesund arbeiten, fettarm arbeiten, ich kann aber auch Dinge wie im Käse, was das normalerweise sehr stark anhaftet, benutzen, um mir hier einfach wirklich richtig tolle Party-Accessoires zu machen. Damit kann man echt auf jeder Feier angeben und es ist komplett unfestbar. Lecker, ich habe mir früher immer mit meinem Bruder geschmolzeln Käse zum Abendessen gemacht. Oder? Oh, ich liebe es. Ja, lecker. So, vielen Dank an Daniel. 882651 ist die Artikelnummer und Sie sehen den Jahrestagspreis 46,28. Wir haben in dieser Stunde vier nur einmal Angebote mit dabei gehabt, zwei dürfen wir nochmal zeigen und wir haben eine Eismaschine von Nemox.